Kevin Stodd aus Frankreich ist jetzt bei uns im Sattel von Estui Equidemus, zwölfjährig, diese Fuchsstute. Und auch er Medaillengewiller bei Weltmeisterschaften, Gold und Silber bei Europameisterschaften. Vielen Dank. Und auch die bewundern diese perfekte Runde von Kevin Stodd. Einmal mehr eine Nullrunde und auch diese beiden sehen wir dann im Stecken wieder. Das sieht ja beinahe danach aus, als wenn es ein zweiter Umlauf wird. Aber keinesfalls zu leicht die Aufgabe, denn ausgeschrieben sind Hindernisse mit 1,55 für diese Prüfung. Und dieses Maß hat der Parcourschef Franz Madl perfekt ausgenutzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.